Sag mal, Walter, was ist eigentlich los mit dir? Sie ist ermordet worden. Patricia, hab ich mir doch gleich gedacht, dass da was nicht stimmt. Ein alter Hirsch sucht jungen Kuss. Das geht dir gar nicht so. Ach so? Ich mein, wir sind Kollegen. Und unter Kollegen hat man doch keine Geheimnisse voreinander.